Ansonsten spreche ich die ganze Zeit so und dann geht's dir gut, aber ich muss eine Kopfhörer wegtun. 1 zu 1, jeder Bussewicht. Ja, das war eine Originalstimme. Ah, shit. Ja, ja. Ja, das war fertig. Okay. Ding. Der Kuchen ist fertig. So ein frischgebackenes Passwort. Wollen wir doch mal sehen. Okay. Ganz gut. Was ist mit der Biene da los? Ich hab Fragen. Ähm, kämpfst du gegen irgendwas vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Nö. Die ist auch zu fett für die Glas. Oh Gott. Oh Gott. Fokus. Dedication. Utmost Vigilance. Ich braved lappen waters und leaking ships zu finden. Das ist Moro. Das macht mich wahnsinnig. Warum kann ich keine Zahlen tippen? Kann ich allgemein keine Zahlen tippen? Ah. Nee, ich hab keinen Namen locken. Ähm, ich hab einfach nur die Feststelltaste genannt. Das ist also Ästhenien, der Azur-Drachenreiter, der eine entscheidende Rolle im letzten Kapitel des tausendjährigen Drachenkrieges spielte, der Nithok bezwingen konnte und zu seinem hasserfüllten Schatten wurde. Und, ähm, Alice sie beleidigt hat. Eine lebende Legende. Wie süß. Wie süß. Ich liebe Mikode. Die sind so knuffig, wenn die sich freuen. Guck mal, wie süß. Hanko, so siehst du manchmal auch auch. Ja. Jetzt gerade vielleicht nicht, aber manchmal auch. Nein, ich bin in der Sackkasse. Nein. Verpiss dich. Holy shit, ey. Okay. Oder? Wie findet ihr das hier? Schöne Snack automatisch. Und viel Sportgerätchen. Fuck, hab ich mich jetzt erschrocken. Ah. Also Dumpscares kann das definitiv. Gehen wollen. Scheiße Scheiße. Vorsicht, Zager. Ja. Die Dinger kriege ich mich ständig. Was? Auf. Ja. Jetzt. Ich habe Angst immer, dass die dann da runterfallen. Du bist müde. Hast du nicht einen neuen Kaffee? Hast du den neuen Kaffee mal ausprobieren? Ich war eben auch tatsächlich... Hm. Ich habe was gefunden. Ich lad mal neu. Ähm. Wo bin ich denn jetzt gerade dran hängen geblieben, bitte? Hä? Nein. Ey Leute, es funktioniert. Ich bin abgeworfen. Where are you? Ich glaube, die gehen auf B. Wow. Ach, wir gehen auf B. Wir greifen ja an. Ah, da sind zwei. Nein. Schön. Es war auch einer. Es war immer ein Ace. Ja, hol dir dein Ace. Hol dir dein Ace. Hol dir dein Ace. Ja. Wiii. Hol dir direkt ein Ace. Nice. I don't know. But isn't it nice, not to know? Ach. Ach. You're not a victim. Not a target. Not just one night, it's better to forget. But then... Wiederum guckst du so süß? Hä? Ja, was denn? Tell me. Is there something you want to talk about, my dear? Ah. Katzen-Content? Nein. Warte nur kurz, Susanne. Ach so? Bis die sie auch da ist. Ich dachte, die steht hier. Die muss kurz Katzen füttern. Ach so. Marco, komm her. Komm. 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 Was ist dein Futter? Komm her. Nein. Was ist dein Futter? Was ist dein Futter? Nein. 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 Ich habe das Futter. Komm her. Nicht so. Nein.